Guck mal, ob man rausspringen kann und da rein crashen. Das ist ja eine Fiesta mit dir. Oh, das sind böse Soldaten, ne? Was? Junge, ich wollte die befreien. Die werden einfach überfahren. Ich wollte die Beine aus der Gewalt der Soldaten hier holen. Der überfährt die einfach. Der Sinn ist auf jeden Fall frei.